Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Stranded Rift mit Makonu. Und mit Mulenia, nicht im Resort. Das war stolperig, ja. Ja, wir sollten vielleicht noch sagen, wir sind jetzt im Haus, weil wir nach der Aufnahme, nach der letzten, nochmal eben schnell geschlafen haben, denn es wurde Nacht. Genau. So, ähm, was machen wir denn jetzt? Wir hatten draußen die Bäume abgeholzt und so, da würde ich jetzt gerne weitermachen. Ja, ja, das war's, das werde ich auch machen. Ich bin ja auch noch nicht fertig mit dem einen, na, da fliegt ja alles das Holz in der Luft rum. Ja, eben, das muss alles weg. Hab ich auch noch. Es nützt ja nichts. Kann man wieder da hoch und wieder runterfallen oder so. Genau. So. So. Du weg, du Baum. Äh, toll. Zu niedrig. Ja, es ist ja alles nicht so einfach. Nee. Ich find das zu erkennen, was jetzt zu dem Baum dazugehört und was nicht, find ich noch viel komplizierter. Ja, findste? Ja. Nee, das find ich okay. Keine Schaufel dabei. So, ich hab meinen jetzt auch hier gleich weg. Ja, so weit bin ich noch lange nicht. Ich würde dann die ganzen Bäume umzu auch mal weg machen, also alles halt, ne? Ja. Man kann dann ja noch mal ein paar geziert pflanzen. Aber so ist es. Es ist dunkel und voll. Äh. So. Der Baum ist weg. Oh, meine Axt auch. So. Weg ist er. Ich hab schon wieder Durst und ich hab kein Trinken mitgenommen. Na, ganz toll. Na, super. Und du bist ganz oben auf dem Baum, ne? Ja. Dann muss ich erst mal wieder runter hier. Das ist ja doof. Das ist doof, ja. Oh, jetzt muss ich das auch noch abbauen und hab jetzt eine Abbaulähmung. Äh. Wenn du willst, komm ich zu dir und bring dir Wasser. Naja, weißt du, ich muss ich ja trotzdem da runter irgendwie. Ja, das stimmt. Zumindest noch ein, zwei Stufen oder so. Dann könnte ich hier vielleicht aufs... Au. Naja, egal. Jetzt bin ich unten. Ach, okay. So. Mal sehen, wie komm ich denn jetzt hier am besten rüber. Also Holz sollten wir nach dieser Aktion echt genug haben. Ja. Was mich interessiert ist, wie wir denn den Leuchtturm bauen sollen. Weil wir haben ja noch kein Leben gefunden. So viel Leben werden wir wahrscheinlich auch nicht finden, um irgendwie roten oder so zu machen. Ich weiß gar nicht, gibt es das bei 1.8 schon ja, ne? Ähm. Sonst wäre ja nur Wolle, ne? Ähm. Wieso? Warum meinst du? Na, rot-weiße Wolle. Warum das denn? Wieso nicht? Das brauchen wir doch gar nicht zwingend, oder? Ist doch egal. Man kann den doch auch in Grau bauen. Ja. Wieso muss der Leuchtturm denn immer rot-weiß sein? Ist doch nicht jeder Leuchtturm rot-weiß. Nein? Nein. Echt nicht? Für mich müssen Leuchttürme so sein. Was? Dann würde ich einfach aus normalem Stein bauen, oben ein bisschen Feuer rein und fertig. Okay. Ja, okay. Also ich denke, dass da, äh, weil wie gesagt, das kriegen wir ja gar nicht zusammen. Nee. So viel Rot-Weiß. Na, wir haben zwar hier ein Schaf, aber... Ja, okay, aber wie lange wollen wir denn da fahren? Da ist ja... Oh, wir brauchen ja fünf Jahre, um das zusammenzufahren. Oh Mann, hier ist schon wieder so viel Holz im Baum. So. Ähm, wo war ich da hinten? Hä? Äh, ich hab jetzt den hier auch bald weg, hoffe ich. Also ich hab mir hier wohl schon so einen Mega-Riesenbaum ausgesucht. Äh, ich auch gerade hier. Oh Mann, aber das hier ist ein natürlich gewachsener. Aber auch ein Riese. Ja, aber das geht noch, da sind die, äh, die Hölzer alle dicht beieinander. Äh, ja. Also dicht her. Ja. Bei den Sachen hier irgendwie, wenn die so, so selbst erstellt sind. Ja. Dann ist das ja alles so mega verästelt irgendwie. Mhm. Mhm. So. War das jetzt das letzte Stück? Äh, die Blätter, die verschwinden langsam. Nee, aber da ist noch was. Da liegt jetzt überall Holz rum auf Dächer und all so ein Graben. Ja, also wie gesagt, Holz sollten wir jetzt echt genug haben. Da ist auch noch was drin. So. Und da unten auch. Jetzt sollte ich dann aber alles weg haben. Nee, da ist noch mehr. Ach, das gibt's doch gar nicht. Gott, wo wollte dieser Baum hin? So, jetzt hab ich aber wirklich alles, oder? Na, ich brauch's mal. Jetzt muss ich hier wieder hoch. So, warte mal, das hab ich, das ist ja echt, echt kompliziert, so, so Bäume abzuholzen, ey. Ja. Oder kann, kann sehr kompliziert sein. Auf jeden Fall. So, jetzt muss ich mal erst mal das ganze Holz einsammeln, das überall verteilt ist. Mhm. Oh, Melone kann ich auch mal abernten hier. Vier Stücke wachsen. Vier Melonen. Das sind ja alle dann gewesen, oder? Ja. War das schon fertig? Ja, war fertig. Ach, bist du jetzt am Ernten, ja? Ja. Ach, hier sind ein paar Karotten. Und das sind dann Kartoffeln auf der anderen Seite. Hattest du auf der anderen Seite dann Kartoffeln hingemacht? Äh, ja, ich meine schon, ja. Okay. Okay, ähm, Kartoffeln. Wo sind jetzt die Kartoffeln hin? Ich weiß nicht. Äh. Da. Ich wollte gerade sagen, kann doch nicht sein. Müssen doch da sein. So, dann können wir nämlich hier nur Getreide hinmachen. Das wären wir nämlich am liebsten. Weil Getreide brauchen wir doch am meisten. Ja, natürlich. Ähm, okay. Oh, das sind noch ein paar Bäume. Die man abholzen muss hier. Ja. Aber hier stehen ein paar kleine. Das ist ganz gut. Äh, ne Axt hab ich auch noch. Boah, schon wieder durstig. So. Dann hier noch die kleinen weg. Ich hab mir definitiv einen zu großen Baum ausgesucht. Ja? Ja. Das ist doof. Ja, wie gesagt, dadurch, dass die so verwinkelt sind, ist das so schwierig, überall dran zu kommen. Ja. So, also ein bisschen was konnte ich jetzt hier schnell wegmachen. Ja, siehst du, das ist doch schon gut. Ja, das sind halt die, die wir nachgepflanzt haben. Naja, klar. Das sind halt die normal gewachsenen. Ja. Weil, wie gesagt, diese, diese selbst erstellten. Ja, da hätte ich jetzt hier auch wieder einen. Der ist aber gar nicht so hoch. Das geht. Und ich glaube, da kommt man ganz gut ran. Naja, ich finde immer, hoch ist auch das eine irgendwie, aber dieses Verästelte, das ist so dieses, was einem so abhält irgendwie. Man muss immer überlegen, jetzt muss ich da rüber, jetzt muss ich da rüber, weil sonst komme ich da wieder nicht ran. Ja. Oh, der hier scheint wirklich human zu sein. Die Sonne geht unter, ne? Echt schon? Jupp. Mensch, das ist immer schnell vorbei, so ein Tag. Ja, ich komme jetzt auch schon mal runter. Hm. Wo war das denn noch hier, ne? Das ist aber ganz schön doof, wenn ich jetzt hier runter muss. Das ganze Dach liegt voll mit Holz. Ja, aber es nützt nichts, die Sonne ist echt schon weit, weit runter. Ja, ich komme. Ich bin unterwegs. Ich müsste auch mal das ganze Holz auspacken. Und ich will dann mal die Kaninchen und das Schaf jetzt dann mal holen und zu unseren Hühnern erstmal sperren. Okay. Vielleicht kann man das Ganze noch ein bisschen vergrößern. Ja. Ach, ich passe nicht durch die Tür. Du hast zu viel Holz dabei, ja? Ja. Gut, ein Glück. Haben wir noch irgendwo Platz? Ja, anscheinend hier in der Truhe da. Aber ich brauche auch noch... Holz... Karotten. Karotten nehme ich mal... Oh, nehme ich mal... Nein! Warum nimmst du immer das Schwert raus? Ja, weiß ich auch nicht. Halt, das wollte ich auch mitnehmen. Ich muss mir noch ein paar Äxte machen. Okay. So, ich muss noch was zu trinken mitnehmen. Dann haben wir hier unsere ewige Quelle. So, dann schaue ich mal, dass ich den einen Baum da jetzt noch wegkriege. Und dann sammle ich mal die Kaninchen und das Schaf ein. Ja. Warum? Achso. Ich habe Durst. Ja, ich auch. Ich habe gerade was getrunken. Ich bin gerade sozusagen fertig damit. Und dann schon auch wie... Mein Mund fühlt sich trocken an. Das ist schon die Nachricht. Das ist... Ein bisschen wassersüchtig. Mhm. So. Ah, dann den Rest jetzt. Wir hatten doch noch Stöcker irgendwo. Äh, die habe ich mitgenommen. Achso, gut. Dann mache ich mir halt welche. Ja, das sollte ja kein Ding sein. Inzwischen sollte das kein Problem mehr darstellen. Ah, mir wäre wie genug Holz. So. War da jetzt noch was? So. Dass das runterfällt. Oh, jetzt habe ich schon wieder Durst. Ich habe doch gerade getrunken. Ja, das ist das, was ich meine. Manchmal, dann zieht sich das ewig lange hin. Dann kommst du da ewig mit aus. Mhm. Und dann hast du wieder so einen Moment irgendwie. Da geht das so schnell. Das hast du gerade getrunken. Und zack, hast du wieder Durst. Das springt in deinem Baum rum. Ach, das ist das Kaninchen. Wo? Hä? Hier, äh, bei... Ja, bei dir unten. Achso, der schwarze. Direkt unter dir. Ja, ja. Das versucht hier hochzukommen. Ja, anscheinend. Okay, das ist, glaube ich, dann der nächste Baum. Okay, dann gehe ich erstmal runter. Habe ich alles? Ja, sieht gut aus. So, also ich habe den nächsten großen Baum weg. Glückwunsch. Danke. Hallo Kaninchen, hier geht es nicht weiter. Jetzt geht es nach unten. Aber ich sammle jetzt erstmal die Tiere ein. Die Tiere? Ja, die Kaninchen und das Schaf. Achso. So, ob es eigentlich das Schaf, das führe ich mal ein bisschen auf Gras, damit das immer wieder Wolle kriegt. Das friert doch bestimmt ganz fürchterlich. Das anzunehmen. Ähm, Weizen. Hallo Schaf. Zack. Guck mal. Komm mit. Na komm. So. Jetzt sehen wir, wo geht es jetzt weiter? Da drüben. Warum kommst denn du jetzt nicht mehr mit? Ach, das ist doch dieser Mist, dass das wieder nicht geht irgendwie. Die bleiben doch manchmal mittendrin stehen irgendwie. Ja, und dann sie überhaupt nicht mehr reagieren. Nein, nein, das ist doch manchmal so, dass sie dann so gar nicht mehr reagieren. So, als wären sie beleidigt. Irgendwie hat sie zu lange gewartet jetzt, um ihr Essen zu geben. Total blödsinnig. Ich war auch nicht zu weit weg oder so. Ja. Also manchmal ist das echt blöd. Aber jetzt hat es Gott sei Dank gereicht, diese zehn Blöcke weit weg zu gehen. Mhm. Aber manchmal reicht das ja auch nicht. Hey, das stimmt. Dann kannst du laufen, 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 wie du willst. Hast du dir so gedacht, du blödes Huhn? Ah ja, hier ist Weizen im Stall. Also, äh, Stroh. Ja. Habe ich doch gemacht letztes Mal, weil das doch eine Aufgabe war. Achso. So, dann mache ich mal ein paar Hühner hier weg, weil das sind so viele. Ein bisschen was zu essen machen. So. Ich schmeiße mal ein bisschen Hühnchen in den Ofen. Ja, ist gut. Und meine Flaschen will ich auffüllen. Und dann hole ich die Kaninchen. Okay. Mal gucken, ob die, äh, einfacher mitkommen. Ja. Ich will nicht so rumzicken. Das schwarze Kaninchen mag mich ja schon mal. Das ist ja auch hinter dir hinterhergelaufen. Hallo. Guck mal. Das macht ja sogar auf den Baum mit. Ja, eben. Was haben wir hier? So, mitkommen. So, gleich da mitnehmen. So, jetzt bin ich auch fertig. Echt? Ja. Das sieht gleich, sieht gleich viel leerer aus hier. Ist ja nichts mehr los. Nö. So, mitkommen. Plopp. So, die Kaninchen sind auch da. Sehr schön. Ich bin auch eingefangen. Gut. Sonst haben wir keine Tiere mehr auf der Insel, oder? Nö. Doch, da ein Schwein und noch ein Kaninchen. Ach doch. Noch ein Schwein da hinten. Oh, das spawnt aber jetzt ordentlich hier. So. Ähm. Ah, ein Glück. Endlich geschafft. Der Part ist auch zu Ende. Oh ja, lass mich noch eben schnell die Tiere ins Gehege bringen, bitte. Mhm. Das sind jetzt zwei Schweine und ein Kaninchen, was ich hier... Äh, naja, ein Schwein und ein Kaninchen. Wieso? Achso, jetzt ist das andere wieder nicht... Ja. Nicht mitgekommen. So. Kommt. Oh. Naja, egal. Ich hab gerade aus Versehen das Schwein gefüttert. Hm. Ist auch nicht so schlimm. Dass die Hühner immer versuchen abzuhauen, sobald man das Tor öffnet. Ja. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ordentlich Tiere. Ja, das ist schon so einiges jetzt. Ja. Wie das unsere Feuerstelle immer noch mitnehmen. Ja, das muss man dann nochmal ändern. So, komm her, lass uns mal in der Part beenden. Okay. Dann, ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.